Die Verwarnung kam schon in der ersten Runde. Bei wem? Für blau, für... Blau, ja, ich meine ja roh. Für Fischstoff. Ja. Die Pro-Dreier-Mahnung ist klar. Wir wissen ja, dass es nicht die beste Schiene hier ist. Finger hoch! Alles klar! Was ist denn los hier? Schiri! Komm weiter. Da lässt es ja nicht 5 Sekunden laufen. Komm mal, ich weiter. Rory, komm, bleib du drin. Stell dir die richtige Hörpunkt rein. Komm, immer nach vorne. 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 Ja, der ist ... Bei Unentschieden. Nee, ist okay. Der ... Krasnoy, Hättel. Bei der letzten Warte, was er nicht hat. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Von hinten reinkommen. Und selber sich passt auf. Verlösen und neu. Komm! Kräger oben am Kopf! Gleich arbeiten, KW, gleich arbeiten. Und du, komm, bewegt ihn. 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 Und du, komm, bewegt ihn.